Das ist klar, als Trainer bist du abhängig von den Resultaten, ich bin natürlich auch nicht zufrieden mit den 11 Punkten, das ist auch logisch. Auf der anderen Seite probiere ich halt gleich irgendwo noch mich zu erholen, mich irgendwo zu regenerieren, mal auf andere Gedanken zu kommen und wirklich, dass ich gut schlafen kann. Es ist so, dass es ein harten Job ist, wenn es nicht läuft, das ist klar, und es erhebt viel Energie. Aber vorwärts schauen, weiter arbeiten und daran glaube ich, dass man das macht, das hilft auch immer. ...